Hallo zusammen, ich bin der Team Kramis. Ich bin zuständig für Marketing und Verkauf bei unserem Familienbetrieb Kramis Teppich Design AG. Vor sieben Monaten haben wir die Viertagewoche eingeführt. Und wir haben gemerkt, dass bei unserem Umfeld das Interesse sehr hoch ist. Und wir haben gedacht, wir würden doch gerne unsere Erfahrungen teilen, ob das gut kommt oder ob wir komplett an die Wand fahren. Meine Eltern haben einen Fernsehbeitrag gesehen von einem Zürcher Elektrobuden im Zürcher Oberland. Und sie haben so seit zwei Jahren die Viertagewoche eingeführt und sehr erfolgreich. Und dann haben wir gedacht, wir probieren doch das auch. Wir sind ein kleiner Betrieb, übersichtlich, wieso nicht? Das Positivste ist sicher, dass die Motivation sehr gross ist, sei es im Büro oder in der Manufaktur. Einen negativen Teil haben wir sicher auch. Zum Beispiel, dass in der Manufaktur die körperliche Belastung sicher viel höher ist. Dadurch muss man auch die Pause besser einteilen. Und bei unserem Büro ist die Organisation viel aufwendiger und der Personalaufwand grösser. Abonniert von der Verkauf. Der Temperatur steht im Büro. Die Betrieb ist unter dem Übrigen. Dieânfe ist immer sehr gut und ganz sicher. Dann können wir schauen weiter und versuchen, Und wenn wir nicht mehr rauskuchen.